Musik Sagt man da nicht Gesundheit? Wir können dir verraten, wie du an unsere Besitzerin rankommst. Du schaust schließlich schon die ganze Zeit rüber. Musik Hast du gesehen, wie der Typ da vorne mich anschaut? Mit deiner Starrerei bekommst du sie sicher nicht. Sie mag es, wenn man sich um sie kümmert. Typisch, Mann. Der denkt doch auch, du bist bloß ein paar Brüste, die reden. Ja, komm rüber und verwöhne uns. Oh, der kommt rüber. Gut gemacht. Ah! MamaZone Brustkrebsvorsorge Damit Ihre Brüste sich wohlfühlen, helfen Sie uns und informieren Sie sich. www.mamazone.de Baby Und er kommt dann in mir. Oh, der ist so, dass wir es nicht mehr als Starrerei. Und er nimmt die Starrerei. In diesem Moment ist ja auch einembodent, wir sehen uns und um uns. Bis zum nächsten Mal. Was ist das? Oh, der ist nicht mehr als Zotrerei. Was ist das? Vielen Dank.